ich drehe mich jetzt im kreis ich brauche halt viel zu viel flames rohrzeug ja warte kurz 100 habe ich noch aus kaputt okay wir müssen nur bis dahinten durchkommen verrückte alte schachtel versteht nicht ja doch schon lange kein menschen mehr gesehen ich lörk ja nur kommt ja auch hier die zwischen übel smart und outplayt mich gleich okay getan das hast du sehr gut gemacht ja das da hinsetzen und jetzt aber rucki zucki fidi bubi sag ich mal warte mal so zack hier spinne ne spinne da perfekt ich kann den geheimnis erzählen keiner hier ist ein zombie wieder bin ich es gibt ja das denke ich mir aber auch nö ich hab nicht geile schachtel gesagt niemals alte schabracker habe ich gesagt okay da ist der rabenschlüssel von belang aber den habe ich nicht was steht denn hier zoe du hast schon wieder versucht dich zum ersten stock zu schleichen nicht hast du gedacht ich würde das nicht merken selbst nachdem was mit evelyn passiert ist hörst du nicht auf von irgendeiner seltsamen medizin zu sprechen und was planst du mit meinem altar anzustellen du lässt besser deine dreckigen finger davon niemand berührt meinen altar denkst du dein vater und ich sind dummköpfe du armseliges verwöhntes kind ich wünschte du wärst nie geboren worden unausstehlich armselig aber immer so herabschauend und auf uns und versuchst dein zuhause zu verlassen nach allem was wir für dich getan haben armselig 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 wenn du mein altar auch nur anfasst schneide ich dir die brust ab und serviere sie als steak geil da gibt's lecker essen würde ich sagen das ist gut das kann ich gut gebrauchen denn machen wir uns das noch haben wir nochmal ein bisschen muni laden wir eben nach so da hab ich leider nix für okay das heißt we have to go here down so ein bisschen muni wär schon was haben wir denn da ne die sind keine normalen menschen aber sind auch keine zombies ich hab nicht genug platz am arsch so passt auf wir machen jetzt nochmal das und machen das zack jetzt müsste ich theoretisch genug platz haben jawohl bruno was machst du hier ja alle ich verrate es nicht weil das ja spoiler ist wenn man das spiel noch spielen möchte oder hier dran bleibt weil das wird ja noch gelegt geklärt was das ist ja so halb zumindest das kommt halt alles im spiel noch raus was genau mit der los ist und so oder mit dieser ganzen family die sind ja alle ein bisschen klem klem im kopf ok ok schnell weg ok ich bin ja schon weg mein gott ne hallo würde keine kraft ausdrücke und lass dich mal angezogen ich möchte nicht sehen was du mir zeigen willst ganz ehrlich naja ich bin so smart einfach ich hab die outplayed damit hat sie nicht gerechnet ha ja scheiße gelaufen für dich ne ja ganz doof nehm ich jetzt tschüss ja ok ok den hab ich nice wo ist der nächste wo ist er hin da ist einer ja er fliegt ok ist down ist hier noch einer da ist noch einer jetzt komm her geht auch danke so die brauchen wir nochmal cool so eine münze na münze na münze nehmen wir mit das nehmen wir auch mit äh der krähen der krähen schlüssel jetzt hab ich hier wenigstens ein bisschen an schuss auch wenn ich ganz gerne hä ist die besoffen ich glaub die hat gesoffen aber hey macht er nix aber hey macht er nix aber hey macht er nix tschau besser also disks au alle diese regels ja jetzt hör auf damit möchte das nicht wenn weg jetzt macht die menschlichen fackel weil ich nicht dachte weg aber kann nicht und heute mal Moment, Moment, Moment. Wir müssen mal kurz was gucken. Kann nämlich sein. Ich muss nachladen. Shit. Erst mal kurz heilen. Ist ja, ne? Ist jetzt weggelaufen? Oh Gott, die fällt hier mit rein. Scheiße, ich muss raus hier. Ich hab keinen Bock auf die. Nee, sei ruhig. Lassen Sie mich bitte in Ruhe. Danke. Blöde, alter Schachtel, ey. Ich glaub, es hackt. So. Jetzt sind wir schon mal wieder ein Stückchen weitergekommen. Hier haben wir Fahrrad, ey. Geil. Nichts wie raus hier. Ah ja. Ach so, da. Betreffend des Serieserums, den folgenden Objekten in der Lage, Serum synthetisieren. Eins, D-Serie, Gehirnnerv, D-Serie, Peripheranerv. Ja, geil, oder? Ja, das ist es. Also, muss es sein. Wenn es das nicht ist, dann weiß ich auch nicht. Ja, guten Tag. Und? Hast du ein Serum gefunden? Ne? Du musst mich mit deiner Mom und ihren verdammten Käfern rumschlagen. Eine Warnung wäre nicht schlecht gewesen. Das tut mir leid. Was ist mit dem Serum? Hab keins gefunden. Aber ich weiß, was wir dafür brauchen. Ein Kopf und Arm einer D-Serie. Das kann nicht stimmen. Ein Kopf? Ich glaub, den hab ich hier irgendwo rumliegen. Hast du? Ja, cool. Ich weiß aber nicht, wo der Arm ist. Hast du das ganze Haus durchsucht? Nein, noch nicht. Ich muss mich noch im oberen Stock hier umschauen. Okay. Schau dort nach. Komm zum Wohnwagen, wenn du ihn hast. Kein Problem, ne? So ein kleiner Arm. Hübsch. 11. Oktober. Habe den ganzen Tag Ohren sausen und kann nicht mehr schlafen, seit das Kind aufgetaucht ist. Zoe hat schon recht. Irgendetwas stimmt mit dem Kind nicht. Und mit der Frau, die es mitgebracht hat. 15. Oktober. Ich sehe und höre Dinge. Mir ist ständig schlecht. Bin zum Arzt in der Stadt gegangen und er hat mich geröntgt. Was passiert mit mir? 23. Oktober. Das Kind hat mir ein Geschenk gegeben. Oktober einfach. Habe das Geschenk in den Geheimraum, hinten im ersten Stock gelegt. Dort wird es niemand finden. Jener Arm ist Zeichen des Kindes Vertrauen. Jener Arm wird uns zur Glückseligkeit führen. Und jeder, der diese Glückseligkeit untergräbt, dem werde ich kein Weiterleben gestatten. Okay. Das ist drastisch. Sagen wir es mal so. Aber okay. Mhm. Da muss nämlich irgendwas ran. Das hier. Nee. Ha. Blöd. Das hier. Auch nicht. Ne Münze. Die nehmen wir mit. Nice. Okay. Ja gut. Jetzt komme ich jetzt. Kann ich das hier nicht durchschneiden? Einfach. Wäre zu einfach. Gut. Hier komme ich jetzt aber erstmal noch gar nicht weiter. Belastend. Die kann ich auch nicht mitnehmen. Hier ist auch nichts. Ne. Darf ich nur das zum Lesen? Hier ist weiter nichts. Okay. Hallo. 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 Wo ist es denn? Girl? Hey. Glaub mir, ich hab's nicht so gemeint. Es war nur ein Versehen. So, wir müssen mal kurz hier gucken. Karte. Hab ich hier noch irgendwas, was ich nicht öffnen konnte? Nein, hab ich nicht. Schlange. Doch, hab ich wohl. Vorratskammer nämlich. Okay. Guet. Hallo, gerade. Ruhe jetzt. Ich muss Karte lesen. Okay, das heißt, wir müssen nochmal zurückgehen. Und zu Hause hier in die Vorratskammer und gucken, was da abgeht. Ja, dann. Könnt ihr dich wahrscheinlich fett spoilern, aber das wird die Ammonster stellen. Wen mich willst du spoilern? Das wird dir nicht gelingen. Ich hab das Spiel schon zweimal durchgespielt. Ist aber allerdings schon eine Weile her. Das möchte ich zugeben. Nein! Das finde ich nicht in Ordnung. So, nochmal gerade gucken. Okay, wir müssen... Wo bin ich denn hier überhaupt? Ich bin da. Ich muss... Die Tür... Da, 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 da. Also, ich bin da durch oder wie da war, oder was? Nice. Hier durch? Jetzt kommen wir in die Bumms-Kabine. Unten war auch noch irgendein... Im Keller war auch irgendein Key, aber ich weiß nicht mehr, was für einer. Geh auf hier, Tür. Ja, das ist jetzt ärgerlich. Wo war denn hier noch eine Truhe? Alter, nur da hinten? Boah, Digga, Alter. Nee, da war noch einer. Ah, hier ist ein Klo. Okay, das heißt schnell, äh... Weil, also heute... 14 Minuten. So, jetzt bin ich nämlich hier... So, pass mal auf jetzt. Machen wir folgendes. Dich legen wir mal weg. Ja. Dann, was ist das? Das ist nochmal Festbrennstoff. Äh... Ja, gutes Schießpulver brauche ich jetzt aber nicht unbedingt. Ich glaube, den brauche ich auch jetzt nicht. Die antiken Münzen kann ich auch hier zurück machen. Ja. Morgen kommt auch ein Stream. Ah, ich bin schon manchmal ein bisschen gemein. Ich kann dir sogar sagen, dass der Stream morgen an den Stream von heute direkt anknüpft. Nahtlos. Das ist heftig. Ich weiß, aber... Side-Reader-Shit. Was haben wir denn hier? Die Arschlöcher suchen nach mir. Oh, feier, oh, feier, oh, feier. Nicht die Arschlöcher. Mann, Mann, Mann. Ich speichere nochmal. Ich sag's mal so. Warte zwölf Minuten ab, dann wirst du's sehen. Okay, wir gehen nochmal zurück. Ich möchte gerne den Granatwerfer haben. Wo muss ich denn jetzt nochmal lang? Da. Es ist nicht ganz das, was ich wollte, aber... Naja. Ich nehm ihn mit. So, meins.